Hallo, ich bin Margarethe, ich arbeite bei Sonderreinigung. Dabei bin ich schon drei Jahre. Also zu diesem Job bin ich gekommen, alleine kann ich sagen, weil selber habe ich ein Angebot im Internet gefunden. Also Bekannte haben gesagt, dass es eine uhrgute Firma ist und wollte ich da hin. Zuerst war ich im Eko, im Eko-Reiniger. Und dann nach zwei Jahren bin ich zur Sonderreinigung gekommen. Grundreinigung ist eine Reinigung, da muss man alles gründlich reinigen. Von oben nach unten, also reinige ich Bahnhöfe, mache ich Beschilderungen, Fenster. Mit Buraklin arbeite ich Gärchen, Stiegengärchen reinigen, mit Einscheidmaschinen. Alles was ich nur sehe, muss ich sauber machen. Egal ob die haben das schon gemacht oder nicht, wir müssen das noch einmal reinigen, gründlich. Wir sehen das, was andere sehen nicht. Was soll ich sagen, mich macht es stolz, dass Leute sehen, was haben wir gemacht. Oft sagen uns Dankeschön, das machen sie so schön, ist so sauber da und so. Wir sind dafür sehr bedankt. Wenn es so weitergeht, bin ich stolz, dass ich da arbeite. Und ich hoffe, das bleibt nur so weiter. Wenn ich Urlaub habe, gehen wir oft wandern. Das ist meine Liebe, kann ich sagen. Wandern ist das Schönste, was gibt es. Gehe ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz. Spielen wir oft zusammen. Mit meinem Mann gehen wir fort. Familie ist das Wichtigste, was gibt es. Vielen Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Voila!